Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja und heute spiele ich, weil ich weiß, dass ihr es mal wieder gerne sehen möchtet, Yasu auf der Top-Lane. Mit dabei ist der Jan und er spielt Kindred im Jungle. Ja und da kann ich mich natürlich richtig glücklich schätzen, so einen guten Yasu dabei zu haben. Und ich denke mal, er wird mich vor allem in Bezug auf die Items jetzt mal ein bisschen beraten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja und ich spiele das halt immer so, dass ich ihn ein Tank-Yasu baue, quasi mit Frosthammer und Sterak. Also erstmal Phantom Dancer. Oder erstmal ein defensives hier Hextrinker. Kann zu bauen. Aber eigentlich gehe ich für Sterak, ne. Max-HP mehr so ein bisschen, weil das von Hextrinker das Schild ist halt meh und die haben nicht so viel HP außer denen. Also du kannst dir Mercury-Woods kaufen für den Anti-CC, da hast du ein bisschen MR. Ja, werde ich auch. Und dann Frozen Mallet, also in diesem Frosthammer. Okay. Danach Sterakz. Baue ich ihm und dann Infinity-Edge eigentlich so. So, jetzt gucke ich mir erstmal, warte mal, wo sehe ich denn meine zweiten Runen? Runentafel öffnen. Ne. Hä? Kann ich mir hier irgendwo genau die Runen angucken, welche ich habe? Ja, unter deinem Bild ganz links, da gibt es diese Felder. Ja, meine ich doch. Und dann drückst du auf das, äh, rechte. Aufziehender Sturm. Ach doch, das ist aber doch okay. Aufziehender Sturm, und was noch? Und Flinkheit. Ja, ist okay. Ja. Das ist okay. Gut, das ist doch gar nicht so schlimm. Sie haben wenigstens einen Nutzen, sagen wir es mal. Ja. Ja, Mana wäre natürlich mein Arsch gewesen. Aber so ärgerlich, ey. Das war in genau der Sekunde. Und da fragt er mich, wollen sie die ändern? Ich drücke auf ja, und es hat sogar das Geräusch gemacht zum Ändern. Ja, gegen Swain, dann ist gut, dass ich Ignite dabei habe. Arthrox Mitte. Ja, von mir aus. Oder haben wir wieder so eine komische Meter-Andee, ne? Na, ist mit Arthrox doch, ja. Ja. Na gut, Irelia wird ja jetzt auch oft Mitte gespielt. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. Ja, weil Irelia halt so viele Dashes hat, es ging die Assassins gut. Hm. Ja, kriegst du auch kaum tot. Das üben wir nochmal. Ich finde es immer wieder geil. Ist echt wie der Imperator, ey. Mit seinen komischen Blitzen hier. Doppelkirr sogar. Oh, nice. Der Nocturne ist hier unten. Aber ich habe meinen Mark bekommen. Danke für die Hilfe, Malfax. Der Lainer kommt jetzt alleine gechunked. Oh, wenn ich jetzt Ult gehabt hätte, hätte ich ihn schon tot gehabt, ey. Schade. Das sah richtig gut aus, was ich hier gemacht habe, glaube ich. Hä? Ich komme gleich zu dir, ich mache den Gromp, Moment. Ja. Nichts Ernstes, nur der Punkt. Äh. Mist, die Kaki. So. Ich habe leider keinen Red Buff mehr, aber ich komme. Hat er geworden? Ne, ich glaube nicht. Okay. Nice. Nein. Na gut. Soll ich pushen? Du hast... Ja, du hast kein TP. Ja, mache ich. Dein Schwert ist keine gute Aufnahme. Okay, er pusht. Das ist gut. Wäre das jetzt eh glücklich für dich geworden. Ja. Ganz okay. Willst du wieder zu dir pushen, oder? Willst du nicht gleich nochmal kommen? Ja, jetzt hat er gewordert, ja. Ja. Und dann hängt das compromise. Ja. Weiter. Ja. Nein. Ja. Ja. Ich Physik, würde tuning topic für dich gefallen, falls er sich This door ist. Manchmal dauert mir so eine Q einfach noch zu lange. Er hat Tech Speed, mein Freund. Ja, kommt ja noch. Ich gehe erstmal sein Wort klären. Oh, er ist Level 6. Wie geht denn sowas? Er ist Level 6, ich bin Level 4. Ja, weil ich doch die anderthalb Waves von dir genommen habe. Ja, der TP. Das ist beim TP immer so, ne? Hm. Wenn du stirbst, bist du behind den XP und zwar Extrems. Ich meine, er hat die Piet und dadurch ist im Tower gelandet. Ich weiß nicht, wie es verlaufen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn er nicht die Piet hätte, aber... Ich habe ihn mal gemerkt, dass er nicht so offensiv spielt. Aber mir ist gemisst. Achso. Er denkt nicht kaum mehr. Ne, ich glaube, er ist Base. Oder das? Na ja, auch vielleicht, dass ich so okay... Ohohohoho! Ohohoho! Bist du verrückt? Und mein Span ist immer noch weg. Ich kann ja zuspielen. Ich kann ja zuspielen. Hehehe. Jetzt ist er lange weg für meinen Geschmack. Er ist, glaube ich, AFK. Kann sein, dass er jetzt... Er ist so fertig gemacht, habe ich ihn doch gar nicht. Warum gehen meine Gegner immer AFK? Irgendwie ein Jahr so habe ich verloren. Rage quit. Hehehehe. Ein Wanderer ist nicht immer... Er hat sich ja gar nicht verloren. Er hat sich ja gut gehalten. Den Nocturne habe ich ja kaputt gemacht. Er hat sich ja gut gehalten. Hm. Alles Gutschi Ich fang nicht an was ich beendet werde Du Du Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende Wo ist die Geistris denn? Nächster Aufgabe aber Gehe ich mal in die Mitte runter, das ist mir zu blöd Toll, so eine Maeve hat ihn verjagt Also das habe ich nicht verstanden, wo die Kindred hin ist Äh Kindred sage ich, die Tristana Die war hier an dem, da wo das Pink Ward ist Ne, unten auf der Botlane Ist rüber gesprungen über die Wand und ich habe sie nicht mehr gesehen Hm Oh mein Sven ist wieder da Okay Können wir gleich gehen Aber ich habe den ganz erst mal geholfen Soll ich deine Lane halten? Hm, ich komme gleich wieder hoch Da ist er Da ist er Ich follow mal unauffällig Nice Jaaaa Wir gehen schon ganz schön ab, wa? Ich weiß auch nicht, was er sich dabei denkt Aber Danke für die 3 Kills Der ist Kumpel So, ich gehe mal gucken, ob ich den Drake machen kann 3 Kills habe ich Ist schon nicht schlecht Zwei von mir Ich mag mal den Knockburn Du magst aber auch die Q, ne? Jaja So, die Lane lasse ich noch ein bisschen Rechte schon für Phantom Dancer? Jaaaa, es reicht Ja, 1-4 brauchst du Jo, 1-5 habe ich Nice Das ist ja so nice Das glaube ich bei deinen Millionen Nö, ich glaube ich 700 oder 600 war Ja, noch keine Millionen 700 oder 600 Oh, guck mal, der Malfighter hat mich gelobt, siehste Neue Yatsu main in the house Oh, jetzt hätte ich gerne einen Teleport Ups 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 Kann man mal machen Hm Ist gut Brauche ich CDR? Ja, nehme ich Brauche ich ein richtig lustiges Bild Was ich nehme So Mein 4. Mark Ah, sein Kompis gemagten Scheiss Kriegen sie den? Wie sie sagt, ihr kriegt einen Drake ohne dass er echt gestohlen wird Bitte, 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 bitte Ja, nice Ah, so schnell komme ich nicht hin, Junge So So Boah, wie ab ich gehe Oh Da ist schon wieder Nocturne Komm, du bist der Nächste D Bier, ich hab meinen Mark bekommen Tschüss Schön, Junge, schön, ey Nee, nee, er hat da richtig schön im Busch gewartet Ohne Ult, hat er sehr schön gemacht Jetzt hab ich doch mal einen Tower gemacht Der zwar Alter, wie ab du gehst Was machen du, Duster Ach, war mein Sven auch bei dir? Alle waren da Ich hab Sven gekehlt, Atrox gekehlt, Drash gekehlt Triss ist ganz low und Nok hat mich geötet Komm jetzt auf die Top-Lane, ich brauch das, Marc Nee, obwohl, das brauch ich nicht hier Ich mach... Äh? Wollen die mich trollen? Was baut man denn jetzt auf für Frosthammer? Äh, einmal diesen Gürtel für 1000 mit Leben Und einmal diese Jorams Fist-Heist Ach doch, das Ja, ja, nee, alles klar Ja, doch, da hab ich mich eben doch irgendwie verguckt Das wollte ich ja zuerst bauen Hab ich mich verdahnen Wollen wir mal ein bisschen in den Gegner-Jungle gucken, sagst du? Ich brauch das... Nee, er macht's, okay Ja, ist schon dabei Von mir aus können wir trotzdem hin Nee, ich wollte nur wegen dem Marc da hin Äh, aber ich werd den... Wir werden den Herald gleich mal probieren So, äh, ein Yatsu Ach nee, ich bin ja ein Yatsu Ein Swain, wollt ich sagen Und Herald hat er, glaub ich, nicht gewordert Ich hoffe, man sieht das Feld nicht Hm Bin ich überfragt Nicht mit mir, mein Freund Mein Wirbel ging auch sofort in die Richtung Hast du gesehen, ne? Ich hätt ihn abgefangen Komm, geh holen und steht Nein, der will dich Boah, der will, der ist heiß Aber ich geh hier die Wave mitnehmen, ne? Nee, der will echt nicht Dann recall ich Groß hier Äh, hä? Oh, ne Tristana und ne Atrox Nee, da geh ich stiften Tschüss Macht's gut Okay In a wild crocodile So ein Geck hab ich von Nocturne auch noch nie gesehen Man hat ihn vorher gesehen, bevor er geholtet hat Oh, kann ich schon wieder pushen Na, aus welchem Film? See you later, alligator In a wild crocodile Oh, das weiß ich nicht Ich kenn nur den Spruch S Ehrlich? Ja Halt die alte Verfilmung, ne? Die Original Ja Weil so wie das, äh, viral geht Kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon so lange Wie das vom Neuen wäre Nee, nee, das ist aus dem alten Ich werde nicht vergessen, wer ich bin Hab ich mir erst wieder angeguckt Kam jetzt das erste Mal im deutschen Fernsehen Ungekürzt Schon zum zweiten Mal, dass ich etwas kaputt mache Also hier, Jungle Kill Was mein Mark werden soll Und ich krieg's halt auch Mach kaputt, was dich kaputt macht Nein I believe I could fly Nein Ich brauch zu lange Nice, mein Mark bekommen Läuft Boah, mit Nelfheit, das sah ja eben auch so aus wie eine Nocturne Uld So wie der da reingeslidet ist, ey Schade, jetzt hat er wieder keine Uld Ja, der Velcro ist tot Oh nein Ich bin halt Apelstein, wa? Ja Hm Naja, das bringt doch richtig Laune Ja, Apelstein ist geil Hat auch gute Rund bei Naja Ich hätte im zweiten Baum nicht den Tankbaum genommen Da wollte ich mal die Plays auspacken Ist mir leicht misslungen Nicht den Drake ohne mich machen? Nein, ich wollte hier Den Pilz, den Pilz wollte ich gerade sagen Vielleicht ein Wort Keine Ahnung Nein, das soll der Drake sein, bestimmt Ja, Blödsinn, was sonst Ja Oh Oh, Malfheit hat nur Uld Ich muss weiterziehen Wuhu Oh scheiße, ich dachte, ich hab den Doppelkill, ey Was soll das denn? Ignited, drauf gehuildet und alles Und Kindred kriegt den Kill Ey, nicht Kindred, hier, die andere da Kaiser Kaiser, genau Gibt's doch wohl nicht Das war so schön, ey Und das sah jetzt wirklich mal so aus, als könnte ich ja so spielen So, was baust du denn danach? Nach Frozen Mallet Und Derax Oh, okay Alter, wie gefeildet sind die mittlerweile? Zehn Zehn Tristan aber auch acht Neun Noch einen Noch einen Mark Ja Ich hab schon Schon zehn Marks Zehn Marks Ich hab nur einen Eine Mark Eine Mark Auf meine Mark Den Spruch vermisse ich irgendwie Sagen Sie, hast du mal einen Euro Ja, hast du mal einen Euro? Das ist aber geizig, ey Eine Mark geht ja noch, aber einen Euro Euro ist mehr wert Ja, 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 deswegen meine ich ja Ja, aber ganz schön, ne? Gleich nach einem Euro zu betteln Ja, schon krass Man muss auch fragen, hast du mal 50 Cent? Ja, darüber können wir reden Trotzdem mehr wert als eine Mark 50 Cent? Ne Ja, du musst Bedenken, dass damals der Euro Zwar 1 zu 2 reingekommen ist, aber der ist viel stärker Keiner wird Was, als meine geliebte D-Mark? Na klar Niemals Deswegen ist ja alles so scheiße teuer geworden Die D-Mark, die war stabil Scheiße Euro, kriegst du auch nichts für Stimmt, das kann auch andersrum sein eigentlich Ja, du, ich denke, es ist andersrum Bin ich mir irgendwie sehr sicher Machen die Barren? Nein Das wäre ein bisschen zu extrem dreist Die wollen bestimmt hier oben einen Yatsu abfacken Ne, doch, nicht da, Mitte sind sie alle Wir machen zweimal einen Barren, komm her Hm, da kommen aber viele Mitte, du Wenn die herkommen Wir gehen da alle fighten, komm Okay Und voll den Barren Auf Cooldown Okay Ja, auf Cooldown Die hat so einen hohen Cooldown Da kann ich nur einmal Oh, Nocturn Mist Der hat mir echt gefeilt Alter Die waren doch noch alle da oben und haben gefeiert Na ja Reis So Aber ich hab den Nocturn noch gekriegt Ja, wenigstens Mit Ignite Wenigstens haben wir das Das nächste Mal geh ich wieder in den Jungle und du Yatsu Toplane Hat er dich denn gefeiert Oder Ah, okay Er hat auch Mit der Cue Ich weiß nicht, da kam ein bisschen der Damage rein, mit dem ich nicht gerechnet habe Der war bei 1,5 oder so Dann war er an Smite Range Also er hat auch die Damage drauf gemacht Und du glaube ich auch, ich hab damit gar nicht gerechnet Also ich hab das Smite nicht mal rausbekommen Ja, ja, ich hab klar weiter Damage raus gemacht Ich hab ja nichts mehr gesehen Ja Ja, mein Sweeper war nicht ab Hätten wir anders machen müssen Ich dachte nicht, weil die da oben alle schon gefeiert haben Einmal auf den Main Jungler hören Aber nö Was denn noch kann? Ne, ne Und die Triss nicht Ah, Melfeld ist wieder nicht bei mir Das ist Mist Ich brauch einen starken Knock-Up mal Okay, haben sie Das ist Trash So, und ja, liebe Zuschauer Ich hab dein Pinkwort gesehen Leute Kommt doch mal Ich spring doch die ganze Welt Boah Warum sind die in der Mitte verreckt? Sind doch alle hier Wir waren 2 gegen 2 Und der Knock-Town hat den Ding ans Gehiltert Wer war denn das da neben mir Der so schnell gestorben ist? Ähm, Elkos oder MFL? Elkos, ja Ne, weil der war quasi Instant Dawn Naja, es ist halt leicht gefiedeter Knock-Town Ne, ist er gar nicht Aber trotzdem Er macht zwar einen Schaden Ja Chris hat mich aus meiner Old gekickt Und dann hab ich sie nicht mehr gesehen Wegen der Knock-Town-Old Hat der Elkos denn sein Sonjaus nicht ready, ey? Ich will jetzt mal so ne geile Malfight-Ult sehen So ne 3-4-Mann-Ult Naja Auch noch nicht gesehen Wenn seine Ult da reingeht Mit dem Schaden Und dann meine hinterher, ey? Naja, gut, ging Musst du Knock-Town-Olden Um abzuhauen Oh, Mist Nein Ah, jetzt bin ich auch dran Scheiße Was macht denn der da auch? Zweimal versuche ich ihn zu beschützen Hätte ich mal doch geultet Oder? Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Was? Oh, Mann Oh, Mann Um rauszule Oh, Mann Und wir sollten eine echte Teamfight suchen. Da sind wir doch wesentlich stärker. Ja. Oh, der war schön. Schade. Ja, mein Auto-Attack-Ramp ist halt extrem hoch, weil ich elf Stacks habe. Und die Rapid-Fire-Kanone. Na klar. Oh, da komm ich nicht hin. Nein. Boah, 800 Gold. Nice. Jetzt geben sie auf. Ja, der Vogel, ey. Ja, und ich denke dafür, dass ich ja so selten spiele, war es nicht schlecht. Ich hoffe auf jeden Fall, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram. Bitte. Gut. quintesten. Ja, ich Alm.